Konterchance, Bielefeld, 4 gegen 3. Müssen das Tempo hochhalten, dann kann da was gehen. Ui, Farnis, oben. Zu früh gestartet. Aber der lang aufgeschossene Falswig bekam dann den Zuschlag. Der ist 1,95 groß und der spielt, weil auf der anderen Seite halt Kloos im Zentrum ist. Und da ist er, der Kloos! Da ist er, der Kloos! Und da ist das 1 zu 0! Gut gespielt. Kloos hält den Kopf mal wieder hin. Schupan!